In diesem Video erkläre ich dir, was ein Array ist und wie du ein Array in Unity verwenden kannst. Ein Array ähnelt einer Variable, aber erlaubt es, mehrere Informationen des selben Datentyps zu speichern. Erstelle also dein erstes Array mit folgender Struktur. Ich habe hier ein neues Script erstellt und mit folgender Struktur kannst du ein Array anlegen. Ich mache das wieder als Kommentar erst einmal, um das zu zeigen. Datentyp, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu und dann der Variablenname. Im Vergleich zu einer Variable aus dem ersten Video, da siehst du auch, eine Variable hatte hier Datentyp, Variablenname und dann die Zuweisung des Wertes bzw. es ging ja auch Datentyp und dann Variablenname. Hier haben wir jetzt Datentyp, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Und mit diesen beiden Klammern weist du darauf hin, dass wir hier ein Array erstellen. Wie sieht das jetzt in einem Script aus? Gut, hier vor dem Datentyp hätten wir noch den Modifier, wie beispielsweise Public oder Private. Also machen wir das einmal, Public String. Wir nehmen jetzt den Datentyp Zeichenkette. Hier der Hinweis auf ein Array, diese Datenstruktur. Und dann ein Variablename, der ist ja beliebig. Dann nehme ich jetzt einmal Names und hier speichere ich dann verschiedene Namen ab. Das reicht dann auch schon einmal. Wir haben hier eine neue Zeile. Wir haben dadurch jetzt ein Array erstellt. In diesem Array, in diesem Datentyp können wir verschiedene Zeichenketten abspeichern. Und dieses Array heißt Names. Wenn du jetzt dieses Script nimmst und du weist dieses Script einem GameObject in deiner Szene hierzu, also hier in meiner Hierarchie habe ich das Scripts GameObject, und diesem weise ich das, was ist ein Array-Script, hier hinzu. Und jetzt siehst du auch direkt auf der rechten Seite bei mir im Inspektor, Durch das Erstellen dieses Arrays in unserem Script, also durch diese Zeile, haben wir jetzt dafür gesorgt, dass wir hier bei diesem GameObject dieses Names hier haben. Sollte das bei dir nicht erscheinen, dann wieder daran denken, dass der Modifier hier auch auf Public gesetzt ist, denn sonst ist das Ganze hier im Inspektor nicht sichtbar. Und jetzt kannst du auch im Unity Editor, da siehst du diese Zahl, also erst dieses Names hier aufklappen, und dann Size 0. Das heißt, du kannst jetzt die Größe deines Datentyps, deines Arrays hier festlegen. Und dadurch musst du jetzt nicht alles in dein Script schreiben, also du müsstest jetzt nicht in deinem Script die Größe definieren, beziehungsweise dann die Namen zuweisen. Geben wir hier einmal beispielsweise 4 ein, dann siehst du, du hast jetzt 4 Elemente. Ganz wichtig hierbei, das Array beginnt immer bei 0, also das erste Element ist die Zahl 0, Element 0, bis Element 3. Das heißt also, wenn du zum vierten Element in deinem Array möchtest, 1, 2, 3, 4, dann ist das das Element 3. Also das ist dein viertes Element, weil wir ja Element 0 hier haben. Also darauf bitte immer aufpassen. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, die Elemente selbst direkt zuweisen. Also du könntest hier verschiedene Namen dann eingeben. Das bedeutet für dich hier, das Anlegen eines Arrays ist dadurch interaktiver, denn du kannst das direkt im Unity Inspector tun. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir ein zweites Array direkt im Script anlegen möchten? Du könntest nämlich auch hier schreiben, Public String und dann hier Movies beispielsweise. Das hier wäre jetzt der gleiche Eintrag wie Names vom Aufbau her. Das heißt, wenn sich das Script hier aktualisiert, dann wirst du auch sehen, dass wir hier eine zweite Variable haben. Du kannst aber jetzt die Größe direkt zu Beginn hier festlegen über dein Script. Und das funktioniert mit einem Isgleich, also einem Zuweisungsoperator. Und dann hier New, also hier der Datentyp und dann wieder die eckigen Klammern hier. Jetzt siehst du aber, wir haben zwar diesen Vorschlag bekommen, aber dieses New ist jetzt hier rot markiert. Und das liegt daran, weil wir keine Größe festgelegt haben. Wir müssen hier in diese eckige Klammer, da müssen wir die Größe des Arrays festlegen. Wir hatten ja hier bei Names 4, das machen wir jetzt bei Movies auch einmal. Ganz wichtig dabei, wenn du deinen Array hier im Script anlegst mit der Größe und dann auch die Einträge zuweist, dann das Ganze bitte nicht auf Public stellen, denn sonst kann es zur Verwirrung kommen, denn dann hast du diesen Wert nämlich im Inspektor. Und wenn du hier etwas änderst, dann werden diese Werte deine Werte hier im Script überschreiben. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Wie kannst du aber jetzt einen dieser Namen, die wir hier abgespeichert haben, sind wir ja hier, Element 0, Element 1, denn genau für diese Funktion verwenden wir ja eine Datenstruktur wie die Arrays. Wir möchten vom selben Typen mehrere Informationen abspeichern und die dann auch später aufrufen bzw. auslesen können. Wie kannst du aber jetzt innerhalb deiner Scripts einen Wert zuweisen? Also hier bei Movies, das ist aktuell noch leer. Wie könnten wir jetzt hier an der Stelle 0, am Element 0, einen Wert zuweisen? Das geht über Variablen Name deines Arrays, dann die Stelle ist gleich und dann den Wert. Gleich wird das Ganze klarer. Variablen Name wäre jetzt beispielsweise für Movies hier, Movies, dann haben wir die Klammer auf hier, eckig. Und die Stelle, mit Stelle ist nur das Element gemeint. Gleiches haben wir hier auch beim Namen, also bei Names, Element 0, 1, 2, 3. Das heißt, wenn wir das allererste Element hier selektieren möchten, dann geben wir 0 ein, Klammer zu. Dann haben wir das hier erledigt und dann müssen wir natürlich sagen, bei den Movies an die Stelle 0, was soll da abgespeichert werden? Das heißt, wir machen hier einen Zulessungsoperator, also ein ist gleich und dann geben wir den Wert ein. Wir haben hier den Datentyp String, also wir müssen eine Zeichenkette übergeben. James Bond beispielsweise. Das Ganze mit einem Semikolon hier abschließen. Also eigentlich sollte das hier so aussehen, dann wird das klarer. Okay. Und jetzt haben wir bei Movies, der Eintrag an der Stelle 0, ist hier James Bond. Damit wir aber jetzt auch sehen, dass dies funktioniert hat, also das Abspeichern in unserem Array, geben wir den Wert auf der Konsole im Unity Editor einmal genauer aus. Das heißt, hier zum Start speichern wir in Movies 0 James Bond. Dann hier Ausgabe auf der Konsole beispielsweise. Das können wir mit Print oder mit Debug.log tun. Ich verwende jetzt hier einmal Print. Und wenn du jetzt ein Array ausgeben möchtest, dann verwendest du das hier. Du verwendest den variablen Namen, also Movies, und dann mit den eckigen Klammern die Stelle des Arrays. Also jetzt in unserem Fall 0. Das wäre es dann auch schon. Jetzt testen wir das gleich einmal. Wir klicken auf Play, öffnen die Konsole und dann sollte es in unserer Konsole auch hier James Bond ausgeben. Okay, sieht aktuell noch unspektakulär aus. Wie ist das aber jetzt bei Names? Denn da haben wir beispielsweise zwei Namen. Geben wir hier einmal Element 1 aus. Also das wäre dann Print Names, denn so heißt unser Array. Dann die Stelle 1, denn wir möchten das Element an der zweiten Stelle. Okay, klicken wir auf Play. Dann siehst du jetzt hier James Bond und hier der Name in meiner Liste an der zweiten Stelle. Was passiert aber jetzt, wenn ich das Element 2 ausgeben würde? Denn hier haben wir eigentlich gar keinen Eintrag, also hier Names 2 bei Movies, da machen wir auch einmal 2. Klicken wir auf Play. Jetzt siehst du, jetzt erhalten wir hier Null, beziehungsweise hier einen leeren Eintrag. Das liegt jetzt daran, dass wir diesen Movies Array hier in unserem Script erstellt haben und da ist jeder Eintrag dann automatisch auf Null. Wenn wir das über den Inspektor tun, so haben wir das bei Names getan, dann bekommen wir eine leere Zeichenkette zurück. Ganz wichtig, beim Erstellen des Arrays sollte dir klar sein, wie viele Stellen du benötigst, also wie viele Einträge du abspeichern möchtest. Denn Arrays sind bezüglich der Größe unveränderbar. Also du könntest jetzt hier nicht eine Liste mit Movies erstellen und dann sagen, okay, die Liste hat 4 Einträge. Und dann merkst du im nächsten Schritt, okay, ich benötige hier eigentlich 10 und dann änderst du hier einfach die Größe. Das funktioniert nicht. Du müsstest ein neues Array erstellen und die Einträge des alten Arrays in das neue kopieren. Jetzt habe ich hier gesagt, wenn wir 4 Einträge erstellt haben und das zuweisen möchten, dann verwenden wir diese Schreibweise. Das heißt für dich, wenn du jetzt hier 4 Filme abspeichern möchtest über dein Script, dann müsstest du quasi immer hier Variablen Name, Stelle ist gleich und dann den Wert hier zuweisen. Es gibt aber noch eine andere Schreibweise. Du kannst dir nämlich eine Zeichenkette hier erstellen als Array und dann beispielsweise, hier machen wir hier einmal Pokémon. Was wir jetzt hier tun werden, wir schreiben zwar New String, Klammer auf, Klammer zu, also hier die eckigen Klammern, aber wir schreiben hier keine Zahl hinein. Vorhin habe ich dir gezeigt, das funktioniert nicht, denn wir müssen hier eine Zahl hineinschreiben oder wir können direkt im Anschluss mit geschweiften Klammern unsere Einträge hier tätigen. Beispielsweise so, dass wir hier sagen, Eintrag Nummer 1, Bisa Sam und dann hier weiter Shigi. Damit legst du automatisch die Einträge hier an und auf Basis der Einträge wird dann die Größe des Arrays hier definiert. Ob du das Ganze jetzt so schreibst, dass die geschweiften Klammern hier dieser Struktur sind oder alles in einer Zeile, das bleibt letztendlich dann dir überlassen. Also du könntest das hier auch so schreiben. Wenn das nicht so viele Einträge sind, dann macht das vielleicht auch Sinn, diese direkt hier in einer Zeile zu schreiben. Aber damit funktioniert das Ganze jetzt auch. Also hier den Schlichtpunkt, das Semikolon natürlich nicht vergessen. Jetzt könntest du dir hier unten beispielsweise das dritte Element ausgeben. Das dritte Element ist Stelle 2, denn wir starten ja bei 0, 0, 1, 2. Okay, klicken wir auf Play, dann sollten wir hier in der dritten Zeile auch Pikachu zurückbekommen. Perfekt, das hat funktioniert. Wenn du jetzt bei einem bestimmten Array die Länge zurückbekommen möchtest, also wirklich die Anzahl der Einträge hier, dann kannst du schreiben Array-Name Punkt Length. Siehst du hier? Damit kannst du dir die Länge ausgeben. Damit das jetzt übersichtlicher bleibt, füge ich hier noch eine Zeichenkette hinzu und zwar Länge des Arrays beispielsweise. Aber hier, das ist die Anfrage. Wir nehmen das Array und dadurch können wir uns den Wert hier ausgeben. Da bekommen wir eine Zahl zurück. Das sehen wir jetzt auch gleich in der Konsole in der vierten Zeile. Länge des Arrays ist hier 3. Und das liegt daran, weil wir ja hier drei Einträge haben. Würde ich jetzt hier ein Pokémon löschen, so, klicke auf Play, dann siehst du jetzt hier nicht die Länge des Arrays, du siehst hier eine Fehlermeldung. Und der Grund hierfür ist, dass wir mit unserem Script auf Pokémon an der Stelle 2, also das zweite Element, auf das greifen wir zu. Und wir haben hier nur Element 0, Element 1. Das heißt, du musst also aufpassen, dass du nicht die Länge des Arrays hier überschreitest mit dem Zugriff. Vorhin habe ich dir ja bereits gezeigt, du kannst auf Stellen des Arrays zugreifen, die leer sind. Das ist in Ordnung. Aber hier können wir nicht auf eine Stelle zugreifen, auf ein Element zugreifen, das die Länge quasi überschreitet. Okay, klicken wir jetzt auf Play, dann sollten wir auch als Rückmeldung hier in Zeile 3, Länge des Arrays 2, hier zurückbekommen. Perfekt. Und mit dieser Länge des Arrays könntest du jetzt beispielsweise auch sagen, ich möchte das letzte Element hier ausgegeben bekommen. Dadurch ist das Ganze variabel und du stößt hier auch nicht auf Fehler. Also wir könnten hier sagen, anstatt Print Pokémon 2, das ja nicht existiert, könnten wir hier sagen, Print Pokémon und dann als ID, also als Stelle, übergeben wir Pokémon Punkt Length. Und jetzt ist es hier wichtig, Pokémon Punkt Length, also die Länge von diesen beiden, das ist hier 2. Wir haben hier aber Element 0, Element 1. Das heißt, das letzte Element hier ist jetzt Element 1. Und dadurch schreiben wir Pokémon Punkt Length minus 1. Das heißt, ganz egal wie lange diese Zeichenkette oder dieses Array mit den Zeichenketten ist, wir nehmen immer das letzte Element aus der Liste und das möchten wir zurückbekommen. Testen wir das einmal, klicken wir auf Play, jetzt siehst du hier, wir bekommen Shiggy zurück. Und das Coole daran ist jetzt, wenn wir Pikachu wieder hinzufügen, dann müssen wir hier unten den Print Befehl nicht mehr ändern. Wir bekommen hier automatisch Pikachu zurück, denn er ist hier der letzte Eintrag in der Liste. Wir haben eine Länge von 3, 3 minus 1, dann haben wir hier 2 und das ist genau diese Stelle, denn 0, 1, 2. Natürlich kannst du auch Arrays für andere Datentypen erstellen, wie beispielsweise für Zahlen. int zahlen ist gleich new int, dann könntest du das so anlegen und dann hier die Zahlen abspeichern. Funktioniert also genauso wichtig dabei ist, dass du der Struktur hier oben folgst und das Ganze entweder über den Inspektor dann anlegst, also direkt im Unity Editor oder hier im Script dann die Zuweisung durchführst oder die Zuweisung direkt hier oben durchführst. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du mit Lists arbeiten kannst. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Video.